hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft galactic science mit bei mir ist wie immer exidians irgendwo in unserer in anführungsstrichen basis also steinklotz da vorne ich bin hier draußen baum ein bisschen meteorite ab weil wir brauchen noch meteoritisches weil die raketen brauchen ja doch schon eine menge ich weiß nicht was denkst du wie viel bräuchten von dem eisen weiß nicht wie viel du noch hast also ich habe jetzt gerade acht noch mal rausgeholt und ich glaube drin ist gar nichts mehr so gut wie gar nicht mehr dann brauchen wir über 30 stück wie viel kann man die meteoriten wirklich schneller abbauen mit effizienz oder mal kurz schreib ich denn schon wieder sieg haben wir tnt kommen aber herstellen was ausprobieren mal gucken ob es schneller geht oder nicht weil man weiß ja nicht ob uns auf anderen planeten andere gesteinsorten sind deswegen die härter sind als als diamant weil ich habe nämlich gerade gesehen dass man noch eine stärkere spitzer herstellen kann mit tnt und hast du nicht gesehen und ralala okay dafür muss ich blöderweise jetzt klar noch einen diamant noch dreimal diamant opfern aber ich glaube das dürfte eigentlich gibt ja manchmal genug oder 36 oder so ok da kann ich jetzt noch aber uns ruhig nehmen so dann brauche ich zwei fackeln normale fackeln ja wasser wie die hergestellt werden korrekt als haben wir noch naja ich hab sie schon dann brauchen wir noch dreimal flint wäre da zwei redstone blöcke zu betreiben muss jetzt gerade mal ein bisschen übertreib halt und fünf mal sand viermal schwarzpulver hier kann ich jetzt auch nichts rausholen und dann vielleicht wirklich mit 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 dinks mit einer liquid transfer not oder wie das heißt ach quatsch rauspumpen ja ich rufe dich gleich zurück das automatische antwort system vom handy fetzt bin beschäftigt rufe zurück punkt ja alter bin schon wenn man schnell ob ich da ist ja die spitzhacke okay hohoho kommt mir auch mal eine bitte ich glaube ein wird er doch schneller kann das sein miaun ja bist du so dann brauche ich noch mal zwei redstone blöcke aber ich guck erstmal wie schnell man damit die meteorite abbaut naja so viel schneller ist jetzt auch nie okay zumindest nicht füllbar schneller scheiße so wie es aussieht ist sie sogar schlechter ich hätte gern die 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 uranium spitzhacke gebaut aber das das ist ja dafür braucht mal drei eisenbahn firma uranium harte legierung redstone basisüberzug um gottes willen bleibahn ich weiß nicht du kannst immer testen ob du damit irgendwie schnell abbaust oder nicht aber ich habe das gefühl dass nie ja liegt hinter dir ich habe das gefühl dass nicht schneller bist du schon mal dadurch ja das habe ich auch schon mitgekriegt zumindest lassen sich die meteoriten so ich weiß wofür die ist für was kann damit fünf mal fünf abbauen ok kannst mit shift rechtsklick ganz so umändern somit schneller form wo ist eine meteoriten hatte fällt runter also das dauert trotzdem noch länger richtig also hier zum beispiel ja habe ich ja gerade gesehen gehabt misst ich habe gedacht da jetzt noch elf drauf ist dann ja habe erst eine effizienz bekommen ich habe unten schon zwei dir haben mitte muss ich noch kombinieren dafür auch level dann brennt doch irgendwas da kriegst du automatisch level wenn ich nicht verbrennt so just for just for just for case cobblestone damit ich den normalen stein rauskriegst ja also die hat sich mir gleich gar nicht gelohnt ja doch schon ja für die ist aber für mich jetzt effizient nicht so rakete krakete tier 2 rätst du den fackel so das in ist fertig der body ist auch schon fertig die finn robuste platte und gepresster stahl kannst du nicht mal inbauen so stahl haben wir hier na komm 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 aha was und herr kummer wie ich jetzt gebaut habe gleich ich sollte nie solange es funktioniert die zwei hier oben scheiße drauf aus aber na stimmt es gibt ja einfach stuhl ja lässt sich jetzt eben halt mal die anderen finden irgendwie noch eine lösung man sieht es halt nicht von innen so wirklich na oder man hätte es wirklich so machen können wie in dem richtigen haus so mit zwischenboden und so mein inventar ist einfach so voll naja das ist ein kotzen ist aber normal bei den gematteten mist es macht zwar tierisch viel spaß aber das inventar das ist so schnell zu gemüllt so und so die dritte finden jetzt noch eine finden dann haben wir das auch erst mal fertig dann geht's und dann geht's an die aluminium bauen fackeln haben wir in der strafe geschissen ja komm her sand haben wir auch eine barrel für sand nein mache ich jetzt sehen also holz haben wir coole ist hier sticks ist hier so ich habe mal noch ein bisschen sand hergestellt sand haben wir mittlerweile 42 43 hier auch nicht und das macht halt auch aus obsidian mal aus obsidian mal aus obsidian kriegst nämlich das zeug dafür noch ein anderes zeug auch irgend so ein anderes zeug ist in Ordnung magnesiumoxid also die vierte finne ist fertig magnesiumoxid und siliziumoxid kriegst du daraus aus obsidian mal kurz die ganzen bonn hier reinlagern sonst habe ich kein überblick mehr genau das wieder gepresste mist also 2200 2300 haben wir jetzt an treibstoff schon mhm versuch mal eben das Öl da rauszukriegen aus den Tanks jo ach mürg der Nase so jetzt verbrauche ich gerade die letzten Zinnbomben ach das brauchen wir auch noch scheiße Stahl auf dem Sound und auch in Na komm, mach ein bisschen schneller hier. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So. Genau. Äh, hier und hier. Machen wir bitte voller Öl. Danke. So. Dauert jetzt halt nur. Haben wir hier nicht noch welche? Ich weiß es nicht, ich habe eigentlich schon geguckt. Da sind dort noch drei Stück drin. Ah, die habe ich jetzt komplett übersehen. So, ihr kommt hier runter und du kommst hier runter und dann brauche ich nur noch die robusten Platten und das gepresste Meteoritische Eisen. Genau. Oh, nein, was? 2.800 Öl, hör mal. Äh, Benzin. So, aber das war es jetzt erstmal wieder für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne viel Spaß beim Gucken. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.